Ich habe nach euren ersten selbstgebauten Sims 4-Häusern gefragt und heute roaste ich die spannendsten Erstlingswerke in diesem Video. Ich habe schon mal reingespickelt und da sind ein paar interessante Häuser dabei. Ganz ehrlich, meine ersten Häuser waren definitiv schlimmer, da bin ich schon von euren Baukünsten relativ beeindruckt. Bro, warum ladet ihr euch sowas runter, XD? Ach so, das ist die Creatorin selber. Ich dachte gerade schon, dass irgendjemand einen fiesen Kommentar zum ersten Haus von Quinz The Real dagelassen hat. Klein aber fein, ich merke auch, Außentapete ist auf jeden Fall sehr überbewertet. Ey, aber ganz ehrlich, wenn das wirklich deine erste Wohnung ist, finde ich das gar nicht so schlecht. Also gerade, dass hier irgendwie die Wohnung so rund ist, macht es ja schon deutlich schwieriger zu bauen und man muss sagen, die Farben passen zueinander. So ein bisschen abgekapselt vom Wohnzimmer, also klar, es ist jetzt nicht so bombastisch dekoriert und so. Und ich glaube, eine Theke mitten im Raum würde mir persönlich jetzt auch nicht so gut gefallen, aber für das erste Haus voll okay, ganz ehrlich. Überall jetzt vielleicht noch so ein bisschen mehr Tapete, das Kinderschlafzimmer hier outgesourced nach draußen. Also ganz ehrlich, wenn ich mich so zurückversetzt, hätte mich das, glaube ich, schon nachhaltig traumatisiert, wenn ich so weit weg von meinen Eltern in einem abgekapselten Bereich hätte schlafen müssen. Und der Fakt, dass wenn man nachts aufs Klo muss, man sich die Schuhe anziehen muss, kann ich jetzt auch nicht einfach so wegignorieren. Aber um zu einem Fazit zu kommen, meine Sims haben bestimmt schon mal schlechter gehaust. Dann haben wir hier das gemütliche Kämmerchen von Jilijo. Dieses wunderschöne Haus bietet alles, was ein Sim zum Leben braucht. Nicht mehr und auch nicht weniger. Boah, also ich glaube, mit einem Tiny-Haus als erstes Haus oder als eines der ersten Häuser wäre ich schon leicht überfordert gewesen. Geil, schön, das Bad hier direkt beim Bett. Da riecht es in der Nacht bestimmt gut. Und das war es auch schon. Also man kann auf jeden Fall hier drin leben. Irgendwie sieht das jetzt zwar so ein bisschen verlassen aus hier auf dem Riesengrundstück, aber auch hier, es hat irgendwie was. Oh, ich merke es schon, es wird architektonisch spannender. Lona123 hat diese Villa hier hochgeladen und das Dach sieht auf jeden Fall ganz schön pompös aus. Hallo Simsblog, ich höre den Podcast und schaue deine Videos sehr gerne. Oh, das freut mich total. Es sollte eine krasse Villa werden, aber naja, man sieht, was es geworden ist. Ganz ehrlich, so doof wie es klingt, ich mag dieses Haus irgendwie, weil es mir so leichte Nostalgie-Flashes gibt. Das ist ja so dieser klassische Anfängerfehler, dass man das Haus einfach unfassbar riesig baut. Und ich weiß noch, ich habe mir eine Freundin in Sims 3 gespielt, die auch immer so auf diese Art und Weise ihre Häuser gebaut hat. Drinnen haben wir aber auf jeden Fall alles, was man braucht. Hier ein riesiger Tisch, da kann man direkt eine ganze Party feiern. Laut Beschreibung ein Haus für insgesamt sieben Sims. Aber ich habe neun Betten gezählt. Jetzt muss ich mir mal verraten, wofür waren denn die anderen beiden Betten? Gab es da vielleicht irgendwelche regelmäßigen Besuche von anderen Sims mit gewissen Aktivitäten? Und ich hoffe auch sehr doll, dass dieses Haus nach dem Update, wo man endlich die Betten den einzelnen Sims zuweisen konnte, entstanden ist. Weil sonst ist es beim nächtlichen Sims ins Bett bringen bestimmt ganz schön nervig geworden, wenn jeder plötzlich in einem anderen Bett schläft als normalerweise. Kylo Milo Ems hat mir dieses Haus hier zugesendet. Und hier sind hoffentlich ganz viele Lampen innen drin, weil es hat keine Fenster von außen. Aber dafür hier so ein kleines Fotostudio. Dafür, dass das Haus von außen so riesig aussieht, ist es räumlich sogar ganz gut aufgeteilt. Alles ein bisschen weiß, also hier ist überall eine ähnliche Tapete drin. Aber ganz ehrlich, das Wohnzimmer hier sieht schon eigentlich ganz cool aus. Das hier verstehe ich zwar nicht so ganz, aber ansonsten haben wir hier auch wieder relativ viel Schlafzimmer schon im unteren Floor. Und hier war höchstwahrscheinlich dann das Sims-Budget zu Ende. Beim ersten Haus muss man ja auch immer sparen oder sonst notfalls nochmal ein Fenster verkaufen. Ich glaube, hier war die Simoleon-Knappheit schon so akut, dass die Sims hier irgendwelche Zeitungen an die Wände getackert haben. Und meine Vermutung war richtig, hier sind wirklich sehr viele Lampen montiert. Benni Blitz ist hier aber sehr selbstkritisch. Ich kann halt nicht bauen und weiß nicht, ob man das als Haus bezeichnen kann. Vier Häuser zusammen für vier Freunde geeignet, aber nicht schön dekoriert. Ich finde die Idee mit diesen verschiedenen Gebäuden eigentlich ganz cool. Ich frage mich bloß gerade, woran es liegt, dass erste Häuser meistens immer quadratisch praktisch gut sind. Vielleicht kommt man ja mit den ganzen Bautools noch nicht so richtig zurecht und weiß gar nicht so genau, wie man jetzt Häuser baut, die so ein bisschen um die Ecke gehen. Ein Wohnzimmer in Rot, eins in Braun und hier die etwas dunklere Variante in Pink. Ich verstehe zwar die Intention hinter dieser Theke nicht so ganz, die nicht zu den anderen passt, aber ganz ehrlich, wenn man hier noch so ein bisschen dekoriert, finde ich das auch gar nicht so schlecht für das erste Haus. Auch wieder ein sehr geräumiges Schlafzimmer. Das zieht sich auch immer so ein bisschen durch, dass die Proportionen noch nicht so ganz stimmen. Und besonders ins Auge gesprungen ist mir noch das hier. Natürlich darf bei einem echten ersten Haus die Rakete im Vorgarten nicht fehlen. Ganz ehrlich, das sieht schon cool aus. Da haben die Sims bestimmt auch ordentlich für gespart oder Steuerungsschiff C hat hier netterweise unterstützt. Ich muss sagen, das beeindruckt mich schon so ein bisschen. Also viele meiner Häuser sehen deutlich schlechter aus als das hier. Auch beim morgendlichen Toilettengang wird man hier ein bisschen abgeschirmt von den fetten Büschen. Ein kleiner Forschungsraum hier, warum denn nicht? Boah, aber da ist auch ordentlich Platz für ganz schön viele Sims. Ich muss mal schauen, ob mein erstes Haus auch noch irgendwo auf meiner Festplatte rumfliegt. Vielen Dank an alle, die unter dem Hashtag ihre Häuser eingesendet haben. Das hat mich sehr gefreut, wie viele mitgemacht haben. Ich hoffe, ich war nicht zu fies zu euch. Jeder fängt mal klein an. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblock.de wieder. Bis zum nächsten Mal.